Ende Mai ist es endlich soweit, ich gehe auf meine erste eigene Tour. Ich freue mich riesig, ich habe gefühlt mein ganzes Leben lang auf diesen Moment gewartet. Wir sind mitten in den Proben, hatten schon die ersten Tourproben mit der Band, die habe ich euch ja auch gezeigt. Und ich freue mich unheimlich und ich sage euch jetzt mal die Termine, in denen wir spielen und in welchen Orten wir spielen. Und ich hoffe, ich sehe den einen oder anderen von euch. Wir fangen an am 20.05. in Frankfurt, 21.05. in Hamburg, 22.05. in Köln, dann sind zwei, drei Tage Tourpause. Und dann geht es weiter am 25.05. in Stuttgart, dann am 26.05. geht es nach Dresden, am 28.05. sind wir in Wien, am 29.05. spielen wir in meiner Heimat, also nicht ganz, aber in München, in Bayern zumindest. Da sind wir aber schon ausverkauft, da gibt es keine Tickets mehr. Und am 30.05. ist der Tourabschluss in Berlin und wenn ihr Bock habt, Leute, kommt vorbei. Ein paar Dinger sind so kurz vor Ausverkauf, es gibt schon noch Tickets und ich würde mich natürlich unheimlich freuen, wenn ihr vorbeikommen würdet und das wird eine unheimlich geile Zeit und ich freue mich riesig.